Die Tochter war gestern mit dem Kleinen da und ich konnte gerade noch verhindern, wieder auf den gerade frisch gemalten Eisbärpatscht. Sie meint hier müsste noch irgendwo eine Tafel hin, wo der Kleine drauf malen kann. Ja ich guck mal was ich da machen kann. Ich habe hier noch so eine Kompaktplatte. Die müsste sich eigentlich hervorragend vereignen. Ich denke ich werde die gleich mal zuschneiden. Die Platte ist fertig. Ich habe die jetzt nur mal hier angeklemmt, damit ich das Maß vor die Laufschienen habe. So alles angemalt. Ja so muss es nur noch passen. Super. Diese Lücke hier ist mit Absicht, damit man sich nicht die Finger klemmt. Außerdem habe ich jetzt die Möglichkeit hier drunter zu greifen, zum raus machen. Und man hat einen schönen Platz, wo man die Stifter ablegen kann. So, das gefällt nicht. Kein Problem. Ah, da hat der kleine sicher Spaß dran. Bereit für die erste Inspektion. Inspektion. Weiter. Super. Ja. 'resieb. Ja. Da wäre ich mich ganz gut. Ja. 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 Hallo, Felix, hallo. 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 Hooray, hollo. Hooray, hollo. Hooray, hollo. Hooray, hollo.